ich bin so vollgestopft mit sachen also unschön aber ein seil hast nicht gefunden oder seil habe ich noch nicht gefunden da kommt wieder einer ich hab's erledigt sehr schön okay willst du ein paar häuser rein oder nein nicht unbedingt gut jetzt macht ihr hier einen knick und dann müssten wir jetzt eigentlich da hoch hauptsache mal schön langsam aber beide gleichzeitig ne ja wenn wir jetzt eigentlich geradeaus laufen sollten wir zum heli kommen okay dann bin ich immer gespannt ja falls seiner ist bei gestern waren ja auch autos angezeigt bei der polizeistation wo keine autos standen hast du denn deine deine app aktualisiert weiß ich nicht nein ach so ja dann meine erste ripp an dem wir gestern waren der sah ja auch ein bisschen anders aus beziehungsweise also das sah auch schon in der app schon so aus jetzt müssen wir noch da den berg hoch in der zeit wo ich hier geradeaus laufe probisch mal ob ich meine app aktualisieren kann in dem schloss waren wir schon mal das haben wir nicht aufgenommen aber wir waren schon mal da ich glaub da gab es ein scheiß haus ja ich mein schon bist du noch bei mir ich bin gleich mit mehr re oder sowas das kann sein die schieß ich dann über eine schrotflinte du gerade d so dann m m m wenn wir zwei seite hätten so dann könnten wir auch noch einen Bogen herstellen. Einen Bogen? Einen Bogen. Ich habe drei Pfeile dabei. Oder Bolzen, ich weiß jetzt nicht. Ja, die kann man auch herstellen. Da brauchen wir nur ein Messer dazu. Und ein bisschen Holz. Ich habe ein Steakmesser. Ich habe ein Jagdmesser. Wir haben doch alles. Wir sind doch top ausgerüstet. Ja, könnte man so sagen. Das ist so steil hier, ne? Was spricht denn nur für die Architekten des Schlosses, ne? Ja. Schön auf den höchsten Platz draufgestellt. Große Weitsicht. Schwer einzunehmen. Ja. Weil wenn du da so mit 20 Kilogramm zusätzlich Gewicht hochjoggen musst, so wie wir das jetzt machen. Ja. Mindestens 20 Kilo. Dann ist sie ja schon ziemlich müde. Aber der Ausblick ist schön. Bäume. Ja, du musst durch die Bäume hindurch sehen. Und durch. Durch. Ja, du, meinst. Durchgucken. Es hängt bei 44,6. Ah, jetzt ist es aktualisiert. Oh, mein Handy, ne? Ich müsste das unbedingt mal formatieren oder so. Zombie? Was? Ja, von unten. Ich bin gerade am trinken. Mach du das mal. Ich trinke derweil meine Coke leer. Tschüss. Hey. Yay. Erfolg in dem Baum. Ah, schön. So. Hallo, ich möchte... Ich möchte gerne wieder in die Map... Ja gut, eine Map ist es ja auch... Ich möchte jetzt blablabla... Maps. Maps. Oh, wir haben die Icons geändert. Ich bleib mal in deiner Nähe, falls noch ein Zombie kommt, der Schlitten fahren will. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, erstmal wieder die ganze Scheiße anstellen. Cars, Helikopters, Construction Site, Garage, Garstage, Brommenich, Lendenmarks, 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 wir mal immer an, Medical, ATC Towers, Barracks, Fire Station, Police Station, Prison, Tens. Boats, Deerhuts, 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 Greenhouses... Was sind denn Barns? Ähm... Ja, sowas wie Farmen, glaube ich. Ja, Barns auch. Oder so Scheunen. Ähm, Supermarkets, Pubs, Offices, Promenade... Glaube ich nicht. Apartments... Nicht. Oh! Vehicles! V3S Cargo und V3S Chassis. So. Ja, das Chassis ist dann wohl, äh, was, was man reparieren muss. Das würde mir gar nichts an... Wow! Mein Gott. Okay, da soll's angeblich... Hallo? Ich hab's gerade kopf gemacht. Es wird mir gar nichts mehr angezeigt. Auf jeden Fall, ich hab's gesehen, bei Davis Castle soll's irgendein Auto geben. Okay, das wär doch mal... Ah, jetzt baut's sich langsam auf. Wär mal interessant. Und der Heli ist immer noch drauf. Und da gibt's noch ganz viele Autos. Drei Stück sind da in der Umgebung. Lachen wir mal hier hoch noch, ne? Ja. Das ist immer vielversprechend. Hat mich nur gewundert, dass da eine Zombie hier hochgekommen ist. Ja. Ich frag mich, ob der uns nachgelaufen ist, wenn wir den nur nicht gehört haben. Ja, ich glaub, der ist einfach nur in der Pampa gespawnt. Plop, Zombie. Ja. So, da ist schon die freie Fläche. Da müssen die Heli sein, laut Karte. Oh, guck mal hier, so ein Gedönsel. Ich frag mich immer noch, was man hier machen kann. Vielleicht findet man hier Tiere. Hier an dem Ding. Was ist das hier drin? Achso, das ist ein Baumstamm. Ich glaub, das wäre ein riesiger Pilz. Hier ist eine Zombie-Apokalypse passiert, ja? Nicht irgendwie ein radioaktiver Unfall. Kann doch sein. Das mit dem Auto wäre echt schon sehr geil. Ja, einfach mal schnell irgendwo hinfahren wäre schon ziemlich witzig. Komm, wir brauchen schon Batterien. So, hier ist eine freie Fläche, aber ich sehe keinen Helikopter. Schau rein. Schade. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass wir Helikopter hier einbauen werden. Na, vielleicht hätten wir den ja looten können. Ja, einen kaputten vielleicht. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Dann wäre trotzdem mal cool gewesen, so einen zu sehen. Oder sind wir nur... Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir auf dem großen Flex sind, oder auf dem kleinen. Ich glaub, wir sind nur auf dem kleinen. Klein. Ich glaub, wir müssen noch weiter hier rüber. Okay. Hab ich irgendwie so das Gefühl. Die Farbe deines Rucksacks gefällt mir. Ja, du kriegst den aber nicht. Du wolltest ihn ja nicht haben. Ist richtig. Ja. Wir müssen noch mit deinem Lieder in den Tornister rumgelaufen. Ja. Ich wollte freundlich sein und dir das überlassen. Und jetzt... Ich sag hier nicht, dass ich den haben will. Ich sag nur, dass die Farbe mir gefällt. Ich hab sogar einen passenden Helm dazu. So, ich glaub, jetzt sind wir hier aber richtig. Das sieht ziemlich groß aus hier. Ich glaube, wir sind hier richtig. Da oben seh ich... Da oben seh ich die Dinger da von dem... Die Tür hoch. Da oben seh ich die Dinger. Ja. 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 Du siehst ja vorne diesen... Diesen Wald. Ja. Das, was da rechts... Rechts davon sollte angeblich ein Auto sein. Okay. Angeblich. Kann ich nicht mein Zielfernrohr... Nee. Ich hab zwei Zielfernrohre, die ich beide nicht verwenden kann. Achso, ich wollte ja... Eins wollte ich ausprobieren. Sind das zwei verschiedene? Nein, sind das zwei mal die gleichen. Achso, ja gut. Dann brauch ich gar nicht zu probieren. Hier schwebt er. Ja, schwebt was in der Luft. Ja. Ja. Bok. Ach schön. I'm slowly warming up. Die Sonne ballert. Hier liegen Hammer und Sichel. Die so... Die Reste der Sowjetunion. Und hier liegen Handschuhe, falls ihr welche haben willst. Ich hab schon welche an. Danke. Na gestern war es ja so geil auf meine Handschuhe. Ja. Jetzt hab ich welche. Gut, hier war ja nicht so draußen. Nee. Würde ich sagen, laufen wir zum Wald. In der Hoffnung, dass wir das Auto finden. Ja. Eigentlich sollte hier halt mitten auf der Fläche Nelly sein. Das ist wahrscheinlich irgendwie random, dass die da erscheinen. Schätze ich mal. Du bist grad über den Boden geschwoben. Ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge.